Dieses Betriebsfahrrad der Traditionsmarke Ameise verleiht Ihnen in Ihrem Betrieb bei langen Wegen die nötige Mobilität. Dadurch sparen Sie Zeit und Ressourcen. Der Sattel ist über den Schnellspanner einfach individuell höhenverstellbar für den optimalen Sitz. Der verkrummte und ergonomisch geformte Lenker ermöglicht Ihnen das aufrechte und bequeme Sitzen. Mithilfe des leicht auszuklappenden doppelten Fahrradständers steht das Rad sicher für die Be- und Entladung. In der vorn angebrachten großen Transportablage lassen sich Pakete oder ähnliches mitnehmen. Der robuste Stahlrahmen mit Rostschutzgrundierung und abschließender Mehrschicht-Einbrennlackierung ist äußerst stoß- und kratzfest. Ideal für den täglichen und langjährigen Einsatz. Das Fahrrad ist mit dem Wichtigsten ausgestattet. Schutzbleche, Bereifung mit Pannenschutz, Pedale mit rutschfestem Belag, verstärkte NiroStar-Speichern, Luftpumpe und Kettenabdeckung. Als Zubehör erhalten Sie noch viele weitere Anbauteile, wie zum Beispiel den Hinterrad-Gepäckträger oder Transportkorb. Die ausgezeichnete Made-in-Germany-Qualität macht dieses Betriebsrat zu einem zuverlässigen Partner.